Hallo! In diesem Video zeige ich euch die Quest die Waffe eines Helden anzunehmen bei Lord Joach Rebenhold in die Halle der Schatten an folgender Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme die Quest gleich mal an. Und darf mich hier hin an diese leuchtende Stelle begeben und hier diesen Knopf drücken. Erhebt eure Waffen vor dem Tiegel der Ungekrönten. Seht, wie er seine Arbeit verrichtet und die Klingen mit tödlicher Macht erfüllt. Dann darf ich wieder zurück zu Lord Joach Rebenhold. Hier ist die Quest zu beenden. Zeige es nochmal auf der Map. Die Halle der Schatten. Hier befinde ich mich. Hier sind die Koordinaten. Worum geht es? Ich hoffe sehr ich konnte euch helfen. Ciao!